Da ist einer Ja, Betty! Ich bin heute wieder in Neustadt. Ich bin heute mit Christoph und seinem Vater und wir gehen angeln auf Dorf. Wir haben ein kleines Boot bei Caressangel Shop gemietet. Drücken und löschen für die Hauptpalze. Aber es ist echt kein einziger Boot. Los geht's! Das ist ein kleines Boot. Das ist ein kleines Boot. Das ist ein kleines Boot. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Ja, ja. Super. Zwei Schlüge, zwei Tranche. Zwei Schlüge, zwei Tranche, zwei Tranche. Zwei Schlüge, zwei Tranche, zwei Tranche. Zwei Schlüge, zwei Tranche, zwei Tranche. Zwei Schlüge, zwei Tranche. Ja, mehr Forelle! Ja! Jawohl! Ja, Vicky! Superschöne Fische! Geiler Fisch! Geiler Fisch! Ja, Petri! Nicht wie ein Klosch! Fünf Minuten später! Ja, mehr Forelle auch! Ja, Petri! Zwei Stück! Zwei Stück! Geiler Fisch! Ja, ein bisschen kleiner, aber es ist unverschön! Petri! Zwei Stück! Zwei Stück! Forellen Family! Natürlich! Was faules hier ist! Ich denke, es ist schon außergewöhnlich! Zwei Mähforelle in so kurzer Zeit! Ja! Zehn Würfel, zwei Mähforellen! Zwei Stück! Zwei Stück! Zwei Stück! Zwei Stück! Zwei Stück! Poilette ist gut gefüllt! Das war ein schlimmer Tag, wir sind zusammen, erste Mörforelle, erste Mörforelle auch. Cool. Größter Seelachs. Ja. Und Farbe haben wir auch noch bekommen, ne? Ja. Dafür, dass es anfangs so schleppend lief, war das ein grandioses Finale. Ja. Wir waren ein gutes Team. Klar. Schönes Tag, schönes Team. Perfekt. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Sonne. Ja, gut. Das ist ja so, wenn wir anfangen zu rosten, wenn es recht ist. Ja. Also, ich wünsche euch, jetzt reagieren wir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buenos tärches G 않은 Tag. Ja. Ja. Ich liebe Farbe. Ich immer brauche Schmerzen. WirIene. Wir conqu ладно, ihr wollen sich geboren. Wir mag es schaffen, ja? Tut so deer aus. Das ist ein neues Mal. dangers. Wir wollen also hin. Wir müssen auch mal hier oder überểm Barry,